moin moin leute roger freut mich dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video heute werden wir uns mit dem ersten starter bild von insgesamt vier sind die wir in die 3.11 liga mit übernehmen werden beschäftigen und zwar werden wir heute mit brands anfangen ich weiß brands haben an sich viele nerves bekommen bzw halt änderungen in der spielmechanik bekommen um zu verstehen was sich geändert hat werden wir erstmal zeigen wie es momentan ist momentan funktioniert so wir können brands legen wir haben natürlich eine maximale grenze momentan sind es drei man kann später mehr haben brands haben eine duration und brands bleiben bestehen bis ihre duration ausläuft wenn innerhalb dieser zeit gegner in der nähe sind heften sie sich an gegner und momentan ist es so dass sie quasi weggetragen werden können das heißt wir machen die rein und wir sehen dort wo der gegner stirbt dort bleibt der brand liegen weitere mechanik ist wir können weil wir ja schon ein bisschen gekämpft haben haben wir hier brands liegen und wenn wir in der mobgruppe sind können wir brand recall drücken und holen alle brands an die stelle wo wir gerade brand recall machen was op ist ist das brand recall die duration von brands wieder refresht und man kann insoweit pushen oder man konnte insoweit pushen dass es halt möglich war den die brands komplett abzuhalten nachdem man so einmal quasi gecastet hat indem man brand recall auf cooldown drücken da erinnern sich zwei ganz wichtige sachen brand recall refresh nicht mehr die duration das heißt man muss jetzt auf jeden fall damit die map klärt ab und zu die brands neu casten kommt darauf an wie man gespielt hat ich habe ich habe sie eh relativ häufig gerecastet für mich ist das jetzt keine riesige umstellung aber es ist schon ein anderer playstyle was dann auch noch dazu kommt abgesehen davon dass man sie nicht nur noch mit brands recall abhalten kann momentan ist es so die brands kann man quasi an die gegner heften und wenn sie mit laufen droppen sie dort wo der gegner stirbt das ist die zweite änderung brands werden nicht mehr dort fallen gelassen wo der gegner wo sie die dran waren stirbt sondern brands werden jetzt dorthin fallen gelassen wo sie gecastet worden oder reallocated also neu positioniert worden durch brand recall das bedeutet dass es nicht mehr so einfach ist sag ich mal mit einem brand wenn er eine hohe duration hat dass er die ganze web durchchained von alleine sondern wenn er jetzt keine ahnung eine gruppe getötet hat wird er da wir dort quasi gedroppt wo er angefangen hat das heißt es gibt keine endlos chains mehr und man kann sie nicht mehr permanent abhalten nur durch brand recall das sind so die ganz wichtigen und die ganz großen änderungen die man erstmal im kopf vorhaben muss es gibt ein paar numerische änderungen storm brand wird leicht stärker gemacht und amagenon brand bekommt einen sehr sehr großen buff vom flat damage her so wie ich es gesehen habe und es kommt natürlich auch neue brands dazu und auch der arcanist brand der quasi wie ein spell totem funktionieren viele haben halt gesagt ja dass brands also dass die nerfs zu stark waren ich fand brands waren schon immer sehr op und sie waren immer sie waren sehr stark sie wurden gar nicht so oft als meta gespielt aber sie hatten immer eine große daseinsberechtigung und mitunter waren sie halt auch zu stark und sie haben auch viel zu stark mit argmage harmoniert darauf will ich jetzt aber gar nicht so genau eingehen man hat vor dem patch hat man immer mit argmage gespielt oder zumindest im letzten patch wo argmage rauskam argmage hat mehr damage gemacht je mehr mana man verbraucht hat für ein cast was sich halt gut kombinieren ließ weil man halt nur einmal casten musste und dann nur noch brand recall drücken musste um sie abzuhalten deswegen war das halt eine gute kombination das geht jetzt auch nicht mehr so einfach abgesehen davon dass argmage selber genervt wurde und dass man nicht mehr so die mana kosten hoch passen kann wie in der letzten season aber darum soll es gar nicht gehen das sind nur so paar sachen die ich am rande erwähnt haben will für die leute die halt schon mal storm brand oder einem brandbild gespielt haben grundsätzlich wird der bild den wir jetzt gleich vorstellen für alle spielbar sein es gibt so ein paar sachen die man anpassen muss in sachen wie hier storm brand oder amageddon brand aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen ich habe versucht einen relativ normalen skill tree zu bauen relativ ohne die neuen großen sachen mitzunehmen weil mitunter muss man halt erst mal schauen wie es sich das ganze dann so ins gesamtpaket mit einflechtet wir fangen als hyrophant an hyrophant ist der bessere starter und der bessere brand mana hybrid tendenziell wenn man einfach nur auf damage will kann man auch sowas spielen wie assassin dann würde man auf crit gehen ähm da aber crit multiplier an sich genervt wurden überall im skill tree habe ich mir gedacht okay gerade weil es ein starter ist spielen wir lieber hyrophant und gehen auf ähm elementen overload was das genau heißt komme ich gleich noch drauf zu sprechen so auf jeden fall wir fangen ja beim templar an nehmen hier die ersten am themen schnauze dem die elementen notes ähm nehmen die live notes hier gehen hier rüber und waschen dann vor allem erst bei den rune beiner dass wir bis zu zwei brands an ein ziel setzen können verdoppelt unseren single target hier nehmen wir ein paar elemental notes mit wir nehmen hier oben ein paar live sachen mit die crit notes können wir umgehen hier haben wir mal einen sockenplatz mitgeskillt tendenziell muss man mal schauen wie gut cluster jewels ähm ähm dann noch funktionieren wie gut man sie findet kann man hier oben ein cluster tool rein machen und man könnte dann hier paar live notes weglassen oder ähm hier die notes muss man dann schauen momentan ist der skill tree auf 123 punkte ausgelegt wie gesagt wenn man sehr gute cluster jewels relativ früh bekommt kann man hier oben auch einen guten dass das schon rein machen ähm dann gehen wir hier weiter runter ähm nehmen wir wieder so platz mit nehmen hier auf jeden fall die große live batterie mit weil das natürlich ganz cool ist gerade early in der liga ähm wir werden mit mind over matter spielen wir haben ähm müssen wir mal schauen wie wir es genau machen ähm ich habe momentan viele auren reserviert lässt man völlig eine aura weg dass man ein bisschen mehr mana hat was man halt opfern kann aber das muss man schauen ähm ansonsten nehmen wir elemental overload mit wie schon erwähnt denn elemental overload gibt uns im endeffekt 40 prozent more elemental damage wenn wir in den letzten 80 und gekritzt haben dafür machen krit kein extra schaden mehr aber das ist denke ich mal gerade als starter bild eine relativ gute ähm ja relativ gute note wenn man halt jetzt deutlich weniger kript multiplier quasi durch den tree bekommen ähm hier unten schauen wir noch mal kurz wir nehmen hier den brand note mit dass wir ein additional brand casten können ähm wir gehen hier rüber nehmen die life und mana notes hier noch die brüste mit für mana energy shield und hint und nehmen hier lightning walker mit für noch ein bisschen lightning damage und lightning resistance und das ist so die einzige stelle wo ich jetzt sage okay wenn ihr armageddon brand spielen wollt dann nehmt ihr fire walker mit und nicht lightning walker wenn ihr irgendwas mit frost spiel heute ist es gibt glaube ich einen neuen frost brand oder es gibt zum ersten mal einen frost brand dann könnt ihr frost rocker mitnehmen ähm aber das ist so ziemlich das einzige was ihr machen müsst ähm wenn ihr ein anderes element nehmt weil alles andere was man hier so sieht sind alles elemental penetration oder elemental damage notes und nichts davon ähm ist in einem bestimmten element zugeordnet das habe ich extra so gemacht damit wir halt sagen können achso hier oben ist auch noch was ähm hier nehmen wir hart of thunder mit für feuer nehmen wir natürlich hart of flame mit beziehungsweise für ice muss man hier einen skillpunkt mehr opfern ähm und wir nehmen hart of ice mit es gibt jeweils ähm damage penetration für das jeweilige element increased lightning cold oder fire damage und lightning fire oder cold ähm leech für energy shield also das würde man auch noch ändern das heißt ein feuerbild für armageddon brand würde dann hart of flame fire walker aussehen und ein cold bild wäre dann frost walker und wenn dann hier rein da müssen wir irgendwo uns sparen hier zum beispiel ja also das könnt ihr komplett frei variieren das sind die zwei sachen die man ändern muss ansonsten ist alles so nieder da gehen wir hier weiter haben wir noch bisschen live bisschen manna hier oben nehmen wir ein hart of thunder mit für die lightning brands und hier haben wir eine denn die neue brand note wo wir einen edition brand wieder casten können und vor allem increased duration haben aber brand recall zum beispiel auch increased cooler recovery speed hat das werden wir natürlich trotzdem weiterhin verlinkt kann man sich entscheiden ob man mehr brand recall cooler recovery speed haben will oder brand duration aber ich glaube brand duration ist gerade für bosse die coolere variante ansonsten gehen wir hier weiter rüber hier nehmen wir wieder zwei mana notes mit hier bekommen aber ein bisschen mana regeneration noch mal schönste block und hier bekommen wir bis zu 40 spell damage je nachdem wieviel mana wir haben wir haben 2250 mana also kommen wir hier eigentlich ganz gut recht so gehen wir hier rüber wie gesagt hier unten das kann man weglassen falls man einen guten cluster schul bekommt ansonsten gehen wir hier einfach noch weiter um hier noch mal die letzte brand mitzunehmen und hier noch mal live und energy schild zu waffen und ja mehr so im effekt nicht ist ein relativ einfacher tree wie gesagt ich vorab mit absicht jetzt nichts nicht unbedingt was für den neuen mit eingearbeitet ganz einfach weil ich auch erst mal schauen wollte wie das ganze dann so sich was sie auswirkt und so weiter wie gesagt ein relativ normaler standard damit könnte man fast alle caster ausspielen wenn man die brand sachen wegnehmen würde was anders mitnimmt also ein ganz normaler brand on crit caster seitdem hyrofant wir haben hier sign of purpose wo wir ja was aber unsere brands an sich bufft wir nehmen einmal divine guidance mit bekommen wir noch mal einen kleinen mind of a matter effekt und noch mal mehr mana hier bekommen wir noch mal ein bisschen mana als energy schild deswegen sind wir haben 1180 energy schild und haben weniger mana kosten weniger restoration of skills was ganz cool ist weil wir drei oder zwei auren und ein herald anhaben wollen und ansonsten nehmen wir hier illuminated devotion mit wo wir noch mal spell damage oder spell die schaben für live zu wissen wenn wir arkan search haben ihr könnt materisch permanent arkan search haben aber wir haben das eh in unserem stormfront setup mit drin deswegen ja fand ich es nicht nötig dass was da noch mit skill das heißt wir permanent eigentlich den lied ansonsten kommen wir gleich mal zu den sachen wie gesagt wir haben ein relativ einfaches setup wir haben jetzt keine wäckener gems hier drin theoretisch aber natürlich elementen focus added lightning und ich glaube auch das effekt nicht aber elementen focus control stadt und lightning können wir natürlich als awakened version nehmen ansonsten aber brand recall ich habe mal das alte setup drin gelassen mit second wind enhanced empowered wir müssen wir ganz schauen wenn es live ist ob wir es wirklich noch brauchen ob wir vielleicht sogar ganz ohne brand recall spielen das muss man mal schauen ich habe es erst mal trinken gelassen und das haben wir hier einen triple set up of thunder curse and hate and conductivity natürlich kann man hier auch und erstens mal brauchen wir nicht nur conductivity haben wir einmal schild charge fast attacks fortify das heißt wir können das schild charge abhalten quasi diese weise würden wir hier flame dash mit fast attack faster casting nehmen wenn wir zwei ones nehmen oder zwei deutsche ones eher weil wir spielen dann können und haben hier portal drin bei augen haben wir silo try red und clarity level 1 wir brauchen keine leiten level 4 unbedingt wir bräuchten wir würden sogar durch würde es wahrscheinlich auch ohne gehen 3 soll manchmal drin haben ansonsten müsste man vielleicht ein oder zwei notes doch für mana reservation mit skillen können wir hier oben haben sie es weiter reingehoben okay würde ich mit entleiten und spielen oder man nimmt halt nur eine aura und hat dafür ein bisschen mehr ein puffer für meint aber männer geht natürlich auch sonst haben wir hier den custom mit städten setup mit immortal call increased duration und wave of conviction wave of conviction gibt es im endeffekt noch mal damage bonus weil wir dann noch mal minus 25 prozent elementel resis auf dem gegner haben sobald wir gehadet sind und portal call gibt es noch mal kleinen puffer wenn wir gerade schaden anleiten haben und ich sehe gerade wir haben es als marking den brauchen wir natürlich nicht wenn wir ein non-crit bild sind und ansonsten können wir mal schauen wir haben hier auch gerade die variante mit zwei ones wie gesagt wenn man mit zwei ones spielt würden wir flame dash nehmen faster casting würden wir hier portal mit rein nehmen und dann hätte man hier noch einen dockel an sich frei die man etwas mit leben kann oder sich frei entscheiden kann was man auch haben will wie gesagt das ist die alternative wenn man ja kein schild hat für schildscharzt schildscharzt ist an sich besser weil dann können wir immer noch von fortify profitieren bei ones also bei den waffen wollen wir einfach nur alles mögliche haben außerhalb krit wir brauchen viel spell damage haben wir wollen lightning damage spells haben lightning penetration grüß lightning damage alles was irgendwie die leiten richtung geht leidenschaft extra chaos der mensch irgend so was in die richtung gesagt krit brauchen wir nicht ein bisschen schadet nicht damit wir elemental overload zumindest trocken aber ansonsten ist es nicht notwendig also ich komme das hier schon zusammenfassen helmen wollen wir einfach live und resis haben globs wollen wir einfach live haben kann man ja auch noch resis drauf machen ob jetzt aber mal zum erst einfach eine tabula rasa später kann man an jede poste an eigentlich gefällt anziehen low reef okay wir vergangene low reef ein was ich mit dem anziehen würde wenn ich nicht auf meine aber männer gehen ansonsten kann man auch cloak of divines anziehen wenn man ein bisschen mehr mana haben will und ja ansonsten haben wir dann füße wie immer muss das wichtigste ansonsten resis und live amulett live resis die fehlen dann haben wir hier einmal ein ring mit assassin's mark werde ich gleich noch ändern weil wir brauchen kein assassin's mark mit non crit build und jetzt auf dem anderen ring nehmen wir ein opal ring mit lightning damage oder wieder spell damage drauf und live und grüttel kann man gerade im game erstmal einfach was mit live und resis nehmen ganz normal ansonsten haben wir beim flaster war eine flast die instant recovered wenn wir auf low life sind und uns bleed immun macht wir haben eine flask was als flask gibt es noch mal extra physical reduction die uns freeze immun macht dann nehmen wir einmal eine a serious promise mit dem elemental das extra chaos damage möglich ist mit dem roll und dann nehmen wir noch the wise aug mit dass wir halt schauen dass unsere also je nachdem unsere resi die welt am höchsten haben wollen aber wirklich die höchste ist weil nur dann bekommen wir auch die 50 prozent elemental penetration ganz wichtig und ansonsten haben wir da noch eine movement speed flask drin mit increased effect und nochmal zusätzlich increased movement speed weil das einfach den größten speed buff im endeffekt gibt und ja bei den können wir nochmal ganz kurz schauen bei den jewels kann man ganz normale sachen nehmen wie gesagt ich will jetzt gar nicht auf klasse tools schon eingehen müssen erstmal schauen hier können wir einfach so was nehmen wie increased max life und durchschauen increased spell damage bei dual building oder holding es schild je nachdem was man hat und kann kann solche dann normales beispiel da wird auch wieder am besten immer etwas mit life haben das schade auf jeden fall nie wenn man es drauf hat und ansonsten ja spell damage lighting damage wenn man ähm abgestalt tools mit rein nimmt vielleicht flat lightning damage und so weiter und ja ähm wie gesagt ich würde für das bild meine hand nicht ins feuer legen ähm aber die leute die sagen ohne arcmage ist stormbrand nicht mehr spielbar ist quatsch stormbrand hat man auch davor gespielt ähm und solche leute wie ich haben es eh oft mit recasten gespielt und noch relativ passiv mit oder relativ wenig brand recall genutzt und es ging auch ähm also ich glaube man sollte brands wirklich eine chance geben und das ist hier ein gutes template wenn man als hierofan anfangen will um auf jeden fall erstmal mit den brands zu leveln ähm wir haben hier im leveling tree natürlich auch ähm eine schöne schritt für schritt anleitung wo wir sehen ok level 15 äh level 30 level 50 und so weiter ähm 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 wo wir das also schritt für schritt machen und ja wie gesagt bei brands ähm ein bisschen schauen wie es dann aussieht ähm das ganze ein bisschen offen gestalten vielleicht nicht zu früh auf lightning damage und so weiter skillen ähm und mal die neuen äh cold damage oder die neuen cold brand zum beispiel ausprobieren oder mal einmal get on brand der wie gesagt einen ordentlichen boost an damage bekommen hat und da so ein bisschen offen sein für ähm die neuen sachen aber ich glaube wirklich dass brands ähm immer noch viable sein werden sie haben immer noch einen mega passiven playstyle der vor allem für bosse immer noch sehr sehr stark sein wird und deswegen ähm wer brands spielen will nicht so sehr auch so von reddit und so verunsichern lassen ich will jetzt nicht sagen dass es die meta schlechthin wird aber ich glaube brands sind immer noch weiter von den ferns schlecht zu sein gerade wenn man sie als non-crit spielt weil krit ist ja ein bisschen nervv wurde also ich würde dem Ganzen trotzdem eine Chance geben ich werde auf jeden Fall auch irgendwann die Season ähm mal wieder brands spielen und ja hoffe ihr habt damit auf jeden Fall ein bisschen Spaß und ansonsten ähm kann ich nochmal ganz kurz einen Einblick geben vielleicht nochmal kurz ähm ähm einen kurzen Einblick geben wir werden noch äh unseren Cyclone auf jeden Fall aktualisieren das haben wir schon aktualisiert wir werden unseren Fireball Miner aktualisieren und wir werden das werden wir nämlich persönlich machen einen Jug- bzw. Chieftain-Slam-Build bauen ähm wo wir dann mal schauen ähm ja wie man so mit der neuen Zweihandwaffe ins Endgame kommt so das werden wir auf jeden Fall machen also persönlich wird das mein Starter werden ähm das wird aber nicht so der Einsteiger-freundlichste Build sein weil ich den halt auch so ein bisschen aktualisiere äh während wir dann leveln und ja ja ansonsten hoffe das hat euch gefallen ähm seid auf jeden Fall bei den nächsten äh das verschiedene Builds auch dabei und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare ob ihr was ähnliches plant oder ob ihr da noch ähm Ergänzungen habt und so weiter vielleicht habe ich was übersehen in den Patch Notes ähm die ihr ein bisschen besser gelesen habt und ja ansonsten sehen wir uns spätestens Freitag ansonsten im nächsten Video bis dahin Euer Charlie Tschüss besuchen äh von